Den Stuhl, den Stuhl stuhlen. Guten Morgen, ihr Lieben, es ist Sonntag und wir haben schon ganz viel erlebt. Guckst du Olympiale? Ja, eine Viertelstunde bist du wach hier. Wir waren, die Silvan erreicht? Ja. Wir waren am Laden. Ja, nimm dir meinen Tisch hier. Bernd hat die Molly eingebunden, die ist eingeschlafen. Der bewacht die jetzt und ich richte eben gerade hier alles her. Evangelischer Gottesdienst, nein. Also, ein Tischchen für dein Stühlchen. Smörf, geh mal da raus. Ja, ich will ja, aber ich muss erst hier dich bedienen und jetzt kann ich weitermachen. So, guten Morgen. Wir waren eben am Laden, weil wir wollten gestern mal mehr einkaufen und wollten gesunde Woche machen, mit ernährungstechnisch diese Woche. Aber es war ja alles ausverkauft und deswegen waren wir jetzt eben am Laden. Da steht unsere Tiefkühltruhr und da haben wir Sachen mitgenommen für heute zum Essen. Es gibt Kartoffeln, es gibt Blumenkohl, das ist veganer Speck. Da wollten wir eventuell ein paar, nur für den Geschmack, nicht so viel, an unsere Princess-Bogeln dran machen. Und dann haben wir die noch mitgenommen, eine Kirigold und eine Alsane, die waren eingefroren. So, und eine Decke hatten wir dabei für Morley, weil die ein Tragetuch ist und wir nicht abschätzen konnten, wie kalt das ist. So, und ich verräume das jetzt eben alles. Ich versuche jetzt hier gerade so einen Linsenaufstrich zu machen. Dafür habe ich hier rote Linsen angebraten mit ganz viel Zwiebeln. Dann habe ich Eiweiß, da ist ganz viel drin. Und ich habe hier noch so eingelegte Knoblauchzehen. Ich zeige euch die mal, die hätten wir mal vor Jahren bei Aldi mitgenommen. Die hier, ich glaube, das war Aldi. Ich weiß nicht, die sind schon abgelaufen. Wo ist das Haltbarkeitsdatum? Ich weiß nicht, aber ich glaube, da kommt nichts dran. Deswegen habe ich die trotzdem benutzt. Vier Stück und die sind richtig schön scharf. Und auch Eiweiß war scharf. Und ein bisschen Tomatensauce, weil ich hatte keinen Tomatenmark mehr, leider. Und das brutzle ich jetzt an und probiere immer zwischendurch, ob die Linsen weich sind. Ne, sind sie nicht. Dann mache ich immer ein bisschen Wasser wieder da dran, nach Bedarf. Genau, und dann können die wieder kochen. Denn das wird unser Aufstrich. Wenn das gleich fertig gekocht ist und die Linsen und alles weich ist, dann püriere ich das mit unserem Pürierstab. Irgendwo ist er. Ich schaue mal. Hier ist er, glaube ich. Hier, hier, hier. Genau, bei dem Mixer. Ein bisschen leise sein, weil die Levea schlägt. Hop, 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 hop. So, ich habe auch Brot aufgetaut, was ich vor dem Urlaub gebacken habe. Für morgen. Morgen muss Bernd ja leider wieder arbeiten. Und dann nimmt der Brot mit. Ich lasse mal hier einmal sauber machen. So. Den da rein. Und dann ist der Plan, das alles in ein, in so ein Glas zu füllen. Und dann können wir das halt immer als Aufstrich benutzen. Welches Glas nehmen wir? Haben wir noch Gläser, Bernd? Diese schönen, mit dem schönen Deckel, neue. Oben über dem Herd, ne? Ja. Ich gucke mal. Hier. Genau, die hat man mal gekauft. Online bestellt. Günstige Gläser. Genau, und da fülle ich das dann nachher rein. Jetzt bin ich offiziell doof. Ich wollte, habe gedacht, die geht nicht, die Kamera. Ich habe das Display in die falsche Richtung gedreht gehabt. Deswegen war es schwarz. Kann man so doof sein. Egal. Ich wollte jetzt den Aufstrich pürieren. Die Maus ist wach. Los geht's. Ich bin voll aufgeregt. Auf unseren ersten... Ne, ich hatte schon mal vegane Limperwurst gemacht. Das hat nicht mal der Hund gegessen. Okay. Nein, aber davon muss man ja viel essen. Von gesunden Sachen. Wer möchte testen? Jetzt ist er gar nicht mehr so spicy. Weil, hey, die Linsen klein gemacht. Aber im Abgang ist er doch noch etwas spicy. Aber lecker. Ein gesunder Brotaufstrich. Scharf. Nichts für kleine Kinder. So, bei uns ist das ultimative Gammeln angesagt. Und um uns ein bisschen in die Zeit zu vertreiben, schreiben wir jetzt die Einkaufsliste mit Wochenplan. Was es so zu essen gibt diese Woche. Mal gucken, was wir so für gesunde Gerichte zaubern können. Du bist ja an der süße Maus. Mein Kopf, so kitzelt dir Papa aus. Kaffee und der Versuch. Und wir sind schon fertig mit unserem Wochenplan, ne? Erzähl mal, was gibt es? Montag gibt es? Miracoli-Salat. Ja, also Miracoli und Salat dabei. Reis, Voodoo-Pfuhi. Gib her, ich lese es selber. Dienstag gibt es Reis mit Voodoo-Pfanne. Das sieht aber aus wie Fuhl. Oder Fuhi, Chinanudel Mittwoch. Donnerstag gibt es dann vier Dienstag. Das ist also Reis mit Voodoo-Pfanne. Kartoffelecken mit Salat. Am Samstag gibt es Pizza. Und Sonntag gibt es dann Almanessen, Rotkohl, Kartoffeln und Soße. Genau. Und wir brauchen wieder nicht so viel einkaufen. Ne? Nur ein kleiner Einkauf. Weil wir voll viel haben. Einfach so trockene Sachen. Wir brauchen hauptsächlich immer frische Sachen, ne? Nicht, dass du dir das aus der Hand schreibst. Ja, ja. Die ist aber auch wehrig bist du. Wehrig. Ich hab den Obse-Satz. Ja. Sie mag die Tasse so gerne, weil die so schön Effekt hat. Soll ich dir dein Buch holen? Dein Kontrastbuch? Nimmst du sie einmal bitte? Mhm. Dann hole ich das. Da kannst du nämlich schön mitspielen. Warte. Das ist immer gefährlich, ne? Sie hat nämlich hier so ein Buch. Achso, ich wurde gefragt, wo es dieses Stehauf-Männchen gibt. Ich weiß es nicht. Das habe ich geschenkt bekommen von einer Zuschauerin. Oder Livia. Das ist von Sigi Kitt. Oder wie die Marke heißt. Ich kann mal gucken, wenn ich es finde. Bei Amazon, da gibt es ja eigentlich alles. Dann setze ich euch den Link unten rein. Aber ich habe es nicht selber gekauft. So, und dieses Buch gebe ich jetzt der Livia zum Spielen. Warum ist das ein Kontrastbuch? Weil das ist so hell und dunkel. Oder halt erste Farben eigentlich. Aber das mag sie auch gerne greifen und so. Und da ist sie sicherer als an der Kaffeetasse. Wintergarten im HWR. Ist so voll und lebt. So, bei uns gibt es jetzt Brokkoli, Blumenkohl, Prinzessboden und ganz viele Kartoffeln. Und dazu gibt es Avocado. Und die ist gewürzt wie Kräuterbutter. Mit ganz viel Knoblauch, Salz und so. Ist halt gesunde Kräuterbutter. So schön, das mit dem blauen Himmel und der Mais, der Riesen-Mais. Tut tut. Die Riesen-Morla. Ja. Nee. Nee. Wie sie grinst. Der Hund ist genervt. Calvino ist gerade unterwegs. Der bringt gerade Smurfys Geschäft weg. Der kommt gleich auch. Der müsste eigentlich da hinten gleich lang kommen. Der kommt wirklich schnell. Der hat sich so ein bisschen in sein Zimmer verschanzt, seitdem wir wieder hier sind. Ja, wegen seinem Spiel aber auch, weil er neu war, ne? Genau. Formel 1-Spiel. Ja, wie soll das denn los? Hm? Ist gut müde und wehre. Zeig mal den Leuten, ob die das schon mal beobachtet haben, am Mais, dass der quasi auf Zehenspitzen steht. Da, dass der Mais die Wurzeln so hoch schießt, dass er wie auf Zehenspitzen ist. Wer kennt das? Wer weiß, warum das macht? Wahrscheinlich um Höhe zu gewinnen, aber ne? Starke, ähm... Ja, hi! Starke Wurzeln. Komisch, dass ich glaube, ich noch so lange brauche. Kuck, kuck! Ich habe auf dem Spaziergang diese Sonnenblume gefunden. Die lag in den Feldern so abgerissen. Ich habe die mitgenommen, weil, ja, sonst wäre die bestimmt einfach da gestorben. Dafür fand ich die zu schade, aber gepflückt hätte ich sie mir niemals. Und jetzt zeige ich euch, was wir machen. Wir sind ja hier gesunde Ernährung, versuchen wir nach dem Urlaub. Ich bin den ganzen Tag am Essen gesund, aber am Essen. Smurphy, geh! Komm hier! Ich suche die Molle. Mach Platz! Komm hier! Komm hier, Platz! Platz! So ist es fein, ich lasse die Molle schlafen. Jetzt gibt es als Snack Birne und Banane. Molle schläft und wir gucken Lust. Und schön. Sie ist wach. Hallo, Papa. Hey! Hi! Hallo, das ist so... Ganz verbimmelt. Erzählst aber, wie lange hattest du es gelaufen? Zehn Minuten? Zehn Minuten. Überhaupt. Ja. Oh, es läuft schinker, schinker, kleiner Flo. Bist du Powernapiert ganz froh? Hast du denn jetzt ausgeschlafen? Ja, Mama macht sich mal die Fingernägel und spitzen. Was macht die Mama? Ich glaube, wenn wir jetzt los... Wie viele Staffeln? Wir schaffen immer nur 10 bis 20 Minuten. Ich bin 60, dann können wir das gucken. Oh, sie sagt, sie ist noch nicht ausgeschlafen. Ich schlafe noch ein bisschen. Sie wusste gar nicht, wie das passiert ist. Sie wollte ja gar nicht schlafen. Ich habe eingeschlafen. Wie konnte ihr das nur passieren? Entschuldigung. Schauen wir jetzt zu? Ja. Ich habe versucht, ob sie nochmal einschläft, aber... Nein. Nix zu machen. Nix zu machen. Miss Murphy bewacht dich auch von hier. Wir warten auf die Kommando. Mhm. Bibi Bibi. So ist besser. So ist besser. So ist besser, Saffi. Bibi Bibi. Morgen ist nochmal Salat. Meine? Ja, wir haben ja noch Salat von heute. Ja, das wäre ganz gut. Genau. So Olivia, wenn ich mir jetzt die Nägel lackiere, dann kann ich dich nicht hochnehmen für ungefähr 5 Minuten. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ja? Super finde ich das. Super, oi. Wo ist denn der Nagellack? Hast du den? Ja, machen wir erst mal einen Zopf. So. Oh, wie machen wir das denn? Hä? Oh. Möchtest du dich hinlegen? Auf den Bauch oder auf den Rücken? Hm? Kannst dich auch selber treten, ne? Hier. Du bist stark. Ja. Kannst schon stehen, ne? Ja. Hier. Wippie, 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 wippie. Hm? Hier sind die Nagellackies. Nagellackies. Den nehme ich immer. Ich brauche beide Hände. Der ist von Essence. Pro White Aktiv. Der geht auf alle. Und der rote von Essence, der geht nur auf den Ringfinger, sag mal. Ja. Das müssen wir dann jetzt mal machen. Bald kann ich dir auch die Nägel lackieren. Oh, ein paar Jährchen noch. Ein paar Jährchen noch. Ein paar Jährchen noch. Ja. Sowas ist immer interessant, ne? Immer alles, was verboten ist. Alles, was verboten ist. Ja. Oh, du bist ja ganz aufgeregt. Ja. Oh, komm her. Warte. Ich lege dich mal hier hin und gebe dir was zum Spielen. Bitte schön. Halt das mal fest. Mach ich mir nochmal eben die Haarspange richtig. Ich wurde gefragt, was ich mache, dass ich so lange Naturnägel habe. Ich mache gar nichts. Ich feile die. Und mache die Nagelhaut weg. Und dann mache ich Klarlack drauf. Und den. Das war's. Mach die Mama hier. Mach die Mama hier. Mama. Hier. Ho. Hi. Läuft ihr ein Lied singen? Ähm. Ich gehe mit meiner Laterne. War das? Das stimmt. So sieht's fertig aus. Tada. Nachbar. Das Altman kam gut, rolling geschneiden Ohm. This old man, he played eight. He played knick-knack on my gate. With a knick-knack, pedi-whack, give a duck a boon. This old man came rolling home. This old man, he played nine. He played knick-knack on my dime. With a knick-knack, pedi-whack, give a duck a boon. This old man came rolling home. This old man, he played turn. He played knick-knack with my, weiß ich nicht. With a knick-knack, pedi-whack, give a duck a boon. This old man came rolling home. Wow, super. Singen hilft immer. Also die Molly ist gar nicht so gut drauf. Deswegen wollen wir den Blog jetzt auch beenden. Sag mal, Papa und Carvino sind draußen mit dem Smurfy. Und wir versuchen hier die Zeit zu verbringen. Ja, genau. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und sag mal, bis morgen in alter Frische. Tschüssi. Tschüssi, wir sind noch, sag mal. Ja. Tschüssi. Vielen Dank.